Natürlich hat er die Elvis Brille auch auf. Der ist nämlich auch von früher von 83 und dann 2011 habe ich gerade nachgeguckt, das A-Team. Und wie gesagt, ich habe von denen auch einen Bericht von der süddeutschen Zeitung. Und hier wird reingeschnalzt. Und Reino, hat jetzt hier schon mal so jemand gesagt ins Ohr rein? Seit wann gibt es Nitro? Was hat der für eine Brille auf? Elvis hat nämlich so eine typische Brille auf gehabt. Ich bedauere sehr, dass ich nicht in Kontakt einfach mal auf die Elvis-Tochter besuche, so wie sie reagiert, ob sie einen kennt oder nicht kennt. Ich sagte damals, es wurde die Paare beim Radio gesagt, der Elvis wird uns alles noch auffressen.